Du hast deine mittlere Reife oder Realschule geschafft, aber noch keine Idee für die Zukunft? An der ältesten noch existierenden Wirtschafts- und Handelsschule Deutschlands, der RAKO-Schule, führen wir dich in nur zwei Jahren zur allgemeinen Fachhochschulreife oder in drei Jahren zum Abitur, in den Schulformen Fachoberschule oder berufliches Gymnasium. RAKO, das bedeutet in jedem Fall eine persönliche Schule mit mehr Wert, mehr Zukunft. Warum? Weil wir ein paar Dinge ein bisschen anders machen. Wir halten unsere Klassen bewusst klein. So können wir dich persönlich betreuen. Mit unserem ausgeklügelten Schulkonzept bereiten wir dich nicht nur optimal auf die Prüfungen vor, sondern auch auf den Arbeitsplatz oder ein anknüpfendes Studium in mehreren Fachbereichen. Damit wir unsere Ziele gemeinsam erreichen, gibt es bei uns Hausaufgabenbetreuung oder bei Bedarf auch Nachhilfe mit unseren qualifizierten Fachlehrern. Wir setzen auf moderne Technik, aber auch auf Menschen, die sie bedienen können. Unser Unterricht erfüllt höchste Qualitätsstandards. Die Ausstattung ist immer auf dem neuesten Stand. In allen Klassenzimmern arbeiten wir zum Beispiel mit interaktiven Smartboards. Ein zusätzliches Angebot ist unsere digitale Lernplattform. Sie unterstützt den Unterricht und sorgt für eine noch bessere Kommunikation, auch außerhalb der Schule. Wir unterstützen dich weit über den Unterricht hinaus. Den richtigen Beruf oder Studienschwerpunkt zu finden, ist nicht einfach. Wir geben Orientierungshilfen durch Praktika oder Projektwochen. Und wenn der Kopf eine Auszeit braucht? Im Fitnessstudio, beim Klettern, Schwimmen oder bei den Angeboten unseres Kooperationspartners Eintracht Frankfurt kannst du dich auch mal richtig auspowern. Wir wissen, wie Vertrauen zustande kommt. Durch Transparenz und offene Kommunikation. Ein Punkt, der bei den Eltern unserer Schüler sehr gut ankommt. Ob Stundenpläne, Leistungsbeurteilungen oder Zeugnisse. Wir informieren per E-Mail über alles, was wichtig ist. Außerdem gilt bei uns, es gibt keine Probleme, sondern nur Lösungen. Unsere Schulsozialarbeiter sind zu jeder Zeit ansprechbar. Wir möchten, dass du dich bei uns wohlfühlst. In deiner Klasse, in deiner Schule. Tradition ist die jährliche Klassenreise, zum Beispiel nach Barcelona. Dabei entsteht jedes Mal eine starke Gemeinschaft, die sich gegenseitig unterstützt und motiviert. Auch unsere Abi-Bälle sind inzwischen legendär und der Höhepunkt einer wunderbaren Schulzeit. Ja, Tirakoschule. Wir merken, wir machen doch einige Dinge nicht nur anders, sondern wirklich besser. Nicht ohne Grund sind wir schon so lange am Markt. Basis für einen guten Unterricht ist guter Unterstützungsunterricht. Deswegen bieten wir viele Ganztagsbetreuungsprogramme an. Wir bieten Hausaufgabenbetreuung an, Ferienlernprogramme, damit unsere Schülerinnen und Schüler am Ende gut und optimal für die Prüfung, aber auch fürs Berufsleben vorbereitet sind. Wir haben eine Unterrichtsausfallquote von unter einem Prozent. Darauf sind wir sehr, sehr stolz. Klingt einfach, ist in der tagtäglichen Umsetzung aber sehr, sehr anstrengend. Aber wir schaffen das und das unterscheidet uns von vielen anderen Schulen. Also, kommen Sie zu uns. Wir unterstützen und beraten Sie gern.